Hallo ihr Lieben, ich bin Susanne Hühn, ich bin Autorin von über 70 Büchern, sehr vielen Kartendecks, ich habe sehr, sehr viele Meditations-CDs, ich bin ausgebildete ganzheitliche Physiotherapeutin, spirituelle Lebensberaterin, psychologische Beraterin und was ich nicht noch alles bin, das interessiert uns aber jetzt alles mal gerade nicht. Und ich möchte dir erklären, was der Unterschied zwischen einem Kind und dem inneren Kind ist, also einem physischen Kind und dem sogenannten inneren Kind. Warum möchte ich das erklären? Weil ich sehr häufig erlebe, dass Eigenschaften dem inneren Kind zugeschrieben werden, die überhaupt nicht zum inneren Kind gehören, zum Beispiel Kreativität, zum Beispiel Fantasie, zum Beispiel Lebensfreude. Wenn du geboren bist als Kind, hast du alles, was du bist, in dir angelegt. Du bist allerdings eben noch ein Kind. Das heißt, du hast es noch nicht entwickelt. Du kannst es noch nicht ausdrücken. Wenn, dann kannst du es nur unbewusst ausdrücken. Und vor allem, wenn du ein sehr kleines Kind bist, bist du als allererstes Mal äußerst abhängig davon, dass dich irgendjemand hört, sieht, wahrnimmt, versorgt, dir Sicherheit gibt, das für dich tut, was du eben noch nicht für dich tun kannst. Du bist außerdem ein emotionales Wesen. Du bist sehr gesteuert aus dem sogenannten limbischen System heraus, weil hier vorne der sogenannte präfrontale Kortex noch nicht entwickelt ist. Das limbische System ist irrational und es ist das sogenannte Emotionalhirn. Im limbischen System finden wir den Mandelkern, zwei davon links und rechts, die sogenannte Amygdala. Das ist jetzt viel zu groß. Der Mandelkern heißt Mandelkern, weil er aussieht wie ein Mandelkern. Das ist das sogenannte Angstzentrum oder Gefahrenzentrum. Und diese Amygdala ist wie ein Sensor für die Emotionen in der Umgebung. Es ist auch das sogenannte Riechhirn. Die Amygdala ist entstanden aus dem Riechhirn von Geruch. Bei Tieren, schon sehr, sehr alt, auch bei niedrig entwickelten Tieren gab es schon die Amygdala, das Riechhirn, mit dem du deine Nahrung riechst, deine Fressfeinde riechst und deine Sexualpartner riechst. Und das Riechhirn riecht auch die Angst, wenn Angst um dich herum entsteht. Und die Amygdala, als unser Gehirn dann reifte, ist unterdessen eben auch ein emotionales Instrument. Das heißt, als kleines Kind bist du sehr davon gesteuert, dass deine Amygdala scannt um dich herum, bin ich hier sicher oder nicht? Und wenn du nicht sicher bist, dann schreist du, warum? Damit man dich nicht vergisst, damit man dich mitnimmt. Es gibt eine Studie von kleinen Äffchen, deren Amygdala spürt die Angst in der Affenherde. Natürlich riecht sie auch den Angstschweiß, aber sie nimmt auch die Emotionen wahr, weil sich das Äffchen irgendwo festkrallen muss, wenn die Herde dann flüchtet. Das bedeutet, du kannst als kleines Kind nicht unterscheiden, was bin ich, was bist du. Das wäre nämlich eine Aufgabe hier vorne der präfrontalen Kortex. Du kannst noch nicht klar denken, du hast noch kein Bewusstsein, du kannst nicht für dich selbst sorgen, auch nicht emotional. Das musst du alles lernen, indem du ein Gegenüber hast, einen Erwachsenen, der dir sagt, ich sehe dich, ich höre dich, ich nehme dich wahr, was du fühlst stimmt, was du fühlst gehört zu mir, was du fühlst gehört zu dir, was du fühlst gehört zum Papa und so weiter. Also jemanden, der die Gehirnfunktionen übernimmt, die das kleine Kind einfach noch nicht kann. Das wird aber besser im Laufe der Zeit, das reift heran und dann kann das Kind das irgendwann und all die Eigenschaften, die man einem Kind zuschreibt, nämlich Kreativität, Fantasie, Lebensfreude, Lebendigkeit, die nimmst du mit, wenn du heranreifst, im besten Fall, außer natürlich, es wird gedeckelt. So ist es aber nicht gemeint von der Gehirnreifung, dass es gedeckelt wird. Im besten Falle nimmst du deine Eigenschaften, die Kreativität, die Spontanität, die Lebendigkeit, die Lebensfreude, nimmst du mit. Und das wird dann von gereiften Gehirnteilen übernommen, wird damit verknüpft, wird aktiviert. Also als erwachsener Mensch, wenn du als erwachsener Mensch eine Kreativität verloren hast, dann nicht, weil das eine kindliche Eigenschaft ist, sondern weil es irgendwo auf dem Weg der Verknüpfung mit den reifenden Gehirnteilen unterbrochen wurde. Weil du zum Beispiel gelernt hast, wenn ich zu kreativ bin, wenn ich zu lebendig bin, werde ich irgendwie reglementiert. Verliere ich den sicheren Bezug zu den Erwachsenen? Leidet also die Beziehung zu den Erwachsenen drunter? Und für ein Kind ist es immer wichtiger, versorgt zu werden, weil das Gehirn genau weiß, wenn ich nicht versorgt werde und sterbe, dann kann ich mit meiner Kreativität auch nicht weit kommen. Das heißt, für ein Kind ist es unterm Strich unbewusst immer wichtiger, versorgt zu werden. Anders gesagt, für das Leben ist es immer wichtiger, erst mal weiterzureifen, bis ich dann selbst übernehmen kann, was durch mich gelebt werden möchte. Das bedeutet, die Eigenschaften, die wir dem inneren Kind häufig zuschreiben, weil wir glauben, es wären kindliche Eigenschaften, sind in Wahrheit Eigenschaften, die wir als übernommen werden. Es sind keine kindlichen Eigenschaften. Sie sind nur, wenn wir Kinder sind, sichtbarer. Das innere Kind ist ein emotionales Wesen, nämlich die Energien in dir, die Kräfte in dir, die eben nicht heranreifen, sondern die stabil sind und die so bleiben, wie sie sind. Nämlich das Bedürfnis danach gesehen zu werden, gehört zu werden, ein emotionales, positives Feedback zu bekommen, das Bedürfnis nach emotionaler und physischer Sicherheit. Alles, was ein Kind an Bedürfnissen hat, bleibt in uns als Bedürfnisse. Und das ist das innere Kind. Das innere Kind ist, wenn du es so möchtest, letzten Endes ein Bedürfniswesen, eine Bedürfnisbeschreibung. Das innere Kind beschreibt das, was du brauchst, damit du stabil bist, damit du eben in der Welt agieren kannst. Ich höre auf, ja, das innere Kind ist kreativ, ist dies, ist jenes. Nein, 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 nein. Das innere Kind kann dich mit deiner Kreativität in Verbindung bringen. Aber der Erwachsene in dir, wenn der die Kreativität dann nicht hernimmt und was Vernünftiges draus macht, dann haben wir das Thema verfehlt. Das innere Kind verwechselt nicht ein physisches Kind mit dem inneren Kind. Das innere Kind ist das Wesen, das deine Bedürfnisse nach emotionaler Sicherheit, emotionalem Feedback nach physischer Sicherheit, ich sage jetzt mal verkörpert, aber damit meine ich, in sich trägt. Es ist ein emotionales Wesen. Wenn du das anders siehst, bitte sieh das anders. Ich möchte nur gerne beschreiben, was ich meine mit inneres Kind in Bezug auf meine ganzen Bücher und so weiter und der Sinn der Sache ist, wenn wir dem inneren Kind Eigenschaften zuschreiben, die aber eigentlich unabhängig davon sind, in welchem Reifezustand wir sind. Schau, Kreativität, lass uns mal an dem Wort uns jetzt festweisen. Wenn ich sage Kreativität, dann ist es der schöpferische Ausdruck von dem, was eben durch dich geschöpft werden möchte. Ob das Kochen ist, ob das Malen ist, ob das Schreiben ist, ob das Basteln ist, ob das dein Umgang mit Tieren ist, ob das Kreativität heißt, einfach auf Deutsch schöpferisch sein. Ich höre häufig von Menschen, ja, aber da muss doch mein inneres Kind dran, ja, da rufe ich mein inneres Kind, sonst kann ich ja nicht kreativ sein. Wenn du dein inneres Kind rufst, um kreativ zu sein, dann hast du die volle Breitseite der emotionalen Bedürftigkeit und Verletzlichkeit mit im Paket. Wenn du aber weißt, nein, das Kind, das du eins warst, hat die Qualität der Kreativität selbstverständlich schon in sich getragen, aber die Kreativität wird vom heranreifenden Menschen immer weiter mitgenommen ins Erwachsenenalter und dort umgesetzt in eine reife, selbstbewusste, selbstsichere Kreativität, die sich dann eben auch im Außen zeigt, die ja auch die ganzen Fertigkeiten dann braucht. Wenn Kreativität wirklich ein inneres Kindthema wäre, ja, dann würdest du halt auch mit deinem Ausdruck, mit deinen Fähigkeiten auf der Stufe des Kindes bleiben, ja, dass du eins warst. Meine Bücher schreibe ich jetzt nicht mit den Fähigkeiten, die ich als Fünfjährige hatte. So. Die Qualitäten, die Eigenschaften, die wir Kindern häufig zuschreiben, schreiben wir ihnen deshalb zu, weil sie da noch ungefiltert rausgebrochen sind. Das ist aber unser Versäumnis, dass wir die nicht in unser Erwachsenenleben mit hineinnehmen, ja, wie so Schatzkästchen sehe ich das, ja, die, 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 die wollen mit dem heranreifenden Menschen, die wollen mitgenommen werden, ja, so. Das Kind, das innere Kind kann nicht reifen, weil es ein Gehirnteil ist. Das limbische System wird nicht besser, ja. Aber der präfrontale Kortex und alles, was sich sonst noch so entwickelt, wirkt eben dann mit, ja, legt sich drüber, wie so eine Puppe in der Puppe in der Puppe, ja, als ob sich das immer weiter hier wie so Zwiebelschalen drumherum legt. Der Kern, der Ursprung, das, womit du geboren wurdest, an emotionalen Bedürfnissen geht aber dadurch nicht weg. Nochmal, das innere Kind beschreibt deine emotionalen Bedürfnisse, damit du dich in dir sicher und geborgen fühlst. Es geht nicht darum, dass deine kostbaren kindlichen Eigenschaften durch das innere Kind im Außen verkörpert werden. Das machst bitte du, der Erwachsene, weil die kostbaren Eigenschaften nicht kindlich waren. Wir glauben das nur, weil wir sie halt als Kinder eben hatten und als Erwachsene verloren haben. Das liegt aber nicht daran, dass es kindliche Eigenschaften sind, sondern dass wir sie halt nicht gehütet haben, ja, das können wir ja nachholen, ne. Also bitte hol alles zu dir in deinem Erwachsenenleben, wovon du glaubst, das wären die kostbaren Eigenschaften des inneren Kindes. Nein, nein und nochmal nein. Das innere Kind ist das Wesen in dir, das dafür sorgt, dass deine emotionale Innenwelt genährt wird. Und jetzt kommen wir dazu, warum das so wichtig ist. Das innere Kind ist wie gesagt der Teil in dir, oder ich sag mal die inneren Kinder, weil wir ja in vielen Altersstufen Kind waren. Das heißt, wir haben auch auf vielen Altersstufen unterschiedliche emotionale Bedürfnisse. Immer gleich ist aber, ich will gehört werden, ich will gesehen werden, ich will wahrgenommen werden. Ich will, dass man mir glaubt und ich brauche emotionale Sicherheit. Letzten Endes geht es beim inneren Kind immer nur um emotionale Sicherheit. Das innere Kind, wir brechen es mal komplett runter. Das innere Kind ist der Anteil in dir, der dafür sorgt, dass du emotional in Sicherheit bleibst, im Gegensatz zu einem physischen Kind, das den Aspekt hat, ich brauche emotionale Sicherheit, aber selbstverständlich schon alles verkörpert, was dann eben, wenn du heranreifst, von dem Herangereiften ins Leben gebracht wird. Deshalb kann man ein Kind nicht mit dem inneren Kind vergleichen. Gar nicht, wirklich gar nicht. Das innere Kind ist nur der Aspekt, der dafür sorgt, dass du emotional in Sicherheit bleibst. Und deshalb ist das innere Kind so unendlich wichtig, weil das innere Kind dir auch immer dann zeigt, dass es in Schwierigkeiten kommt, wenn du eben emotional nicht in Sicherheit bist. Und es zeigt dir vor allem auch, wo du als Kind emotional nicht in Sicherheit warst und deshalb an der Stelle immer noch einen Trigger hast. Heißt, wenn du irgendwo stecken geblieben bist in einer emotionalen, unsicheren Situation, und dazu gehört natürlich auch, du wurdest nicht gesehen, du wurdest nicht gehört, bis hin zu, du hast Gewalterfahrungen gemacht. Es sind immer natürlich emotional zutiefst unsichere Situationen und physisch unsichere Situationen, die gehören natürlich ganz tief mit dazu. Also immer dann, wenn du in einer unsicheren Situation warst, bleibt ein Teil von dir da wie eingefroren, wie stecken und steht da immer noch und sagt, guck mal, hier bin ich in einer bedrohlichen Situation, hol mich mal hier raus. Warum ist es so? Weil die Amygdala, die Amygdala sich das merkt, weil die für dein Überleben sorgt. Und die sagt, guck mal, guck mal, hier steht noch was, das ist noch nicht gelöst. Und alles, was sich so ähnlich anfühlt, weist genau darauf hin. Da bist du noch in einer bedrohlichen Situation gefangen. Das ist nicht Vergangenheit, sondern für die Amygdala ist es jetzt und jetzt und jetzt und jetzt, weil es immer noch so ist, weil es immer noch wirkt. Die inneren Kinder sind deshalb so laut, so vehement, so unglaublich wichtig, weil sie für unsere emotionale und physische Sicherheit zuständig sind und uns ganz ausdrücklich zeigen, guck mal, hier bist du nicht in Sicherheit. Ich brauche das, ich brauche das, ich brauche das. Und wenn wir uns nicht bewusst drum kümmern, dann kümmern die sich selber drum, dann eben unbewusst. Ganz konkret, wenn ich mich emotional unsicher fühle, nicht genügend Feedback bekommen habe, nicht gesehen wurde und dadurch einige Anteile von mir nicht reifen konnten und einige Anteile von mir auch nicht in Beziehung mit mir gekommen sind, das erkläre ich gleich, dann geht mein inneres Kind raus und sucht sich in jedem Mann, den ich finden kann, meinen Vater und sagt, kannst du mir das geben, was mir der Vater damals nicht gegeben hat? Warum? Warum? Damit ich vollständig werde, schlicht und ergreifend. Damit ich wieder nach Hause gehen kann, ich, inneres Kind, mich wieder sicher fühlen kann. Ganz einfach, das hat nichts mit Ego zu tun. Ich benutze das Wort Ego übrigens nie, weil man immer erstmal definieren muss, was meint denn das eigentlich? Wenn ich draußen rumherinne und sage, kannst du mich bitte für das anerkennen, was ich hier an toller Arbeit leiste? Kannst du mich bitte toll finden für das? Dann will mein inneres Kind mit dem, was es kann, gesehen und gehört werden. Und es ist natürlich eine uralte Geschichte, weil mein inneres Kind gelernt hat, guck mal, ich mache hier irgendwas Tolles und es wird nicht gesehen. Was passiert dadurch? Mein inneres bekommt kein Feedback über sich selbst. Als Kind brauche ich das aber, weil ich es selbst nicht wahrnehmen kann. Ich brauche als Kind das Feedback von außen, um eine Wahrnehmung über mich selbst zu bekommen, damit ich dann in Beziehung mit mir selbst gehen kann. Weil mein Gehirn noch nicht ausgereift ist. Das braucht mein Gehirn, um zu reifen. Damit ich unterscheiden kann, was bist denn du, was bist denn ich, brauche ich von dir ein Feedback über mich. Dadurch bekomme ich erstens mal den Unterschied zwischen mir und dir. Zweitens mal bekomme ich die wichtige, lebensnotwendige Information. Ich werde gesehen. Ich bin sichtbar. Mein Ausdruck ist so, dass mein Inneres im Außen sichtbar wird. Das ist ja wichtig. Wenn ich als Kind nicht die Information bekomme, ich sehe dich, dann weiß ich nicht, ob mein Versuch, mich selbst nach außen zu bringen, fruchtet. Ob ich in eine Interaktion mit dir gehen kann. Dafür brauche ich das Feedback. Ja, das war eine gelungene Interaktion. Ich habe dich verstanden. Ich habe dich gesehen. Ich habe dich gehört. Du hast mich erfreut oder was immer ich mit meiner Interaktion initiieren wollte. Eine Interaktion ist auch, ich habe Hunger. Bitte füttere mich. Wenn du das nicht hörst oder mich schreien lässt, dann kriege ich die Information. Ich werde nicht gehört. Heißt, ich bin nicht in der Lage, mich so auszudrücken, dass man mich versteht. Und das ist natürlich eine Katastrophe, weil wenn ich nicht in der Lage bin, als Kind mich so auszudrücken, dass ich gehört werde, dann bin ich ja komplett unfähig, in der Welt zu interagieren. Dann kommt so ein komischer blinder Fleck in mir, so ein Gefühl von, ich kann mich nicht ausdrücken. Ich werde nicht gesehen. Das ist nicht ein Ego, das gesehen werden will. Das ist eine tiefe Notwendigkeit, um in der Welt zu interagieren. Ich kann ja nicht in Beziehung, in Kommunikation treten mit dir, wenn ich das Gefühl habe, das, was ich sage, zeige, rufe, schreie, kommt bei dir nicht an. Und jetzt kommt das Schwierige. Als Kind komme ich nicht auf die Idee, dass du das zwar schon hörst, auch siehst, auch richtig wahrnimmst, mir aber nicht antwortest. Auf die Idee komme ich nicht als Kind, weil ich als Kind noch nicht unterscheiden kann zwischen dir und mir. Das heißt, ich komme nicht auf die Idee, dass du mich zwar gehört hast, mich aber trotzdem nicht fütterst, weil du gerade noch keine Zeit hast, auf dem Klo bist, meinst, die Zeit ist noch nicht da oder, 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 oder grausamerweise einfach auch keine Lust drauf hast, wo du der Meinung bist, Schreien wäre irgendwie hilfreich und gesund. Die einzige Information, die ich kriege, ist, ich habe mich offensichtlich nicht bemerkbar genug machen können. Und das bringt mich in eine unfassbare Not. Weil was soll ich denn dann machen? Ich kann ja nicht zu dir hingehen und kann sagen, du, ich brauche was zu essen. Wenn ich das könnte, könnte ich mir das ja gerade schon selber holen. Und diese nicht beantworteten Bedürfnisse, die sind dem inneren Kind gespeichert. Und das innere Kind gibt nicht auf, weil das innere Kind die Instanz ist, die für deine emotionale Sicherheit und Gesundheit sorgt. Das innere Kind gibt nicht auf, darum zu ringen, gehört zu werden. Warum nicht? Weil die Aufgabe des inneren Kindes ist, Beziehung zu dir selbst herzustellen. Ich kann aber nur dann in Beziehung mit mir selbst gehen, wenn ich den Spiegel von außen bekomme als Kind. Wenn ich also gesagt bekomme, ich höre dich, ich sehe dich, ich nehme dich wahr, dann weiß ich, dass mein Ausdruck stimmt und angekommen ist. Weil mein Leben aber davon abhängt, dass ich gehört werde und gesehen werde und wahrgenommen werde, sonst kann ich nicht interagieren, ringe ich um deine Antwort. Darum ist das innere Kind so unfassbar wichtig, weil es nicht einfach so ein Gör ist in dir, das halt schreit und was braucht und dä, dä, dä. Nein, das innere Kind ist die Hüterin oder der Hüter oder wie auch immer du es haben willst, deiner emotionalen Stabilität, deiner emotionalen Sicherheit und damit deiner Beziehung zu dir selbst. Das innere Kind ist das Bindeglied zwischen dir und deiner Beziehung zu dir und deinen emotionalen Bedürfnissen. Und das weiß das innere Kind natürlich, nicht bewusst, aber deshalb ist es so laut, so deutlich, so wichtig. Und das berührt mich so unfassbar und deshalb ist mir das innere Kind so absolut, absolut wichtig. Das innere Kind wird dich niemals aufgeben. Das innere Kind wird um Beziehung zu dir ringen, solange du lebst. Und das heißt, das innere Kind wird immer schreien, immer sagen, ich brauche hier was, ich brauche hier was, ich brauche hier was, bis du es hörst. Und du brauchst auch was, mein Schatz, ich habe nur gerade nicht, was du brauchst. Also ich habe es schon, aber ich kann es dir gerade nicht geben, weil das nämlich Leckerlis sind. Nochmal, das innere Kind ist Hüter, Hüterin deiner emotionalen Sicherheit, deiner emotionalen Kraft, deiner Beziehung zu dir selbst. Wenn dein inneres Kind nicht gesehen wird und nicht gehört wird, dann ringt es in einer Vehemenz darum, die mich tief berührt. Es ringt darum, Beziehung herzustellen, weil es zu deiner geistigen, emotionalen Reifung und Gesundheit dazugehört. Und das macht ein Kind natürlich auch, aber ein Kind macht noch ganz viele andere Sachen. Das innere Kind ist die Essenz des Kindseins per Definition, was Kindsein bedeutet, nämlich ein bedürftiges, abhängiges Wesen zu sein, das ganz viel von außen braucht. Alles andere, was die Kinder sonst noch so sind, ist nicht Kindsein, sondern Menschsein. Verstanden? Das, was Kinder alles sind, was wir so toll finden, das ist nicht Kindsein, das ist Menschsein. Und wenn wir das im Heranreifen verlieren, dann sind wir selber schuld. Oder halt andere sind schuld, aber es ist unsere Aufgabe, uns das mitzunehmen. Alles, was dich ausmacht, alles, was du gerne spielen, Quatsch machen, kreativ sein, tolle Sachen machen, kluge Dinge sagen, hilfst mir, es ist alles Menschsein, nicht Kindsein. Wir verwechseln das mit Kindsein, weil Kinder das eben so zeigen. Das nimmst du aber bitte mit. Kindsein, Kindsein bedeutet von anderen abhängig sein. Bedeutet, sich selbst emotional nicht halten zu können. Bedeutet, seine eigenen Bedürfnisse nicht erfüllen zu können. Kindsein bedeutet, keine Verantwortung übernehmen zu können. Nicht umsonst sind Kinder nicht geschäftsfähig. Nochmal, alles, was wir mit Kindsein verbinden, was wir so toll finden, ist Menschsein. Das nehmen wir mit. Das bleibt. Und das heißt nicht, wir erhalten uns das Kindsein. Nein, wir erhalten uns die Fähigkeiten, die Eigenschaften, die wir mitgebracht haben, die gelebt werden wollen. Wir hatten halt als Kind nur einen leichteren Ausdruck, weil wir noch nicht so viel Zeugs gemacht haben, noch nicht so verletzt waren. Das ist aber nicht Kindsein. Kindsein, Kindsein beschreibt einen Reifungszustand und nicht den Zustand von bestimmten Eigenschaften. Die nimmst du nämlich bitte mit. Das bist du. Das ist nicht das Kind. Das bist du. Das innere Kind ist das Kind, das du bist. Das Kindliche Kind, emotional bedürftig, abhängig von einer Antwort von außen. Das großartige, grandiose, wunderbare ist, die wahre Antwort, die dein inneres Kind braucht, ist die von dir. Von dem oder der Großen, die du jetzt bist, der du jetzt bist. Die einzige Beziehung, die dein inneres Kind wirklich, 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 wirklich braucht, ist die zu dir. Und das ist auch das Einzige, worum es dem inneren Kind geht. Das hat alles nach außen verlagert, weil du als Kind ja nicht unterscheiden kannst, was ist denn innen, was ist denn außen. Und früher war eben dein Innen das Außen. Das, was die Mutter, der Vater, dir zurückgespiegelt hat, war dein Innen. Du konntest es noch nicht unterscheiden. Und wenn da was fehlt, wenn da was nicht zurückgespiegelt wurde, dann fehlt dir das als Information für dein Inneres. Und dann sucht dein inneres Kind es immer noch im Außen. Wenn du jetzt aber hingehst und sagst, Schatzle, weißt du was? Ich sehe dich, ich höre dich, ich nehme dich wahr. Ich kriege dich mit, ich weiß auch, was du brauchst und ich weiß auch, wo du hingehörst, nämlich nach innen, innen rein. Dann kommt das ganze Gedöns mit der Innenwelt, da habe ich unglaublich viel zu gemacht, der Zaubergarten, die innere Heimat. Das finden wir dann alles innen, was das innere Kind dann alles braucht. Das entwickeln wir, das finden wir innen. Diese ganze Arbeit ist dann wirklich eben auch nach innen zu nehmen, es aus den traumatischen Situationen herauszuholen, zu befreien. Das kommt alles nach innen. Das ist aber dann die zweite Stufe. Mir geht es jetzt hier in dem Video darum, dass wir erstmal unterscheiden, was ist ein Kind, was ist ein inneres Kind. Und ich sage es nochmal zum letzten Mal, ein Kind ist ein kindliches, unreifes Wesen mit allen, allen Eigenschaften, die es, wenn es heranreift, in die Welt bringt. Das innere Kind ist das, was übrig bleibt. Wenn du hier heranreifst. Das, was übrig bleibt. Was eben nicht reift, weil es essentiell ist, das muss nicht reifen, das ist einfach essentiell, da gibt es nichts zu reifen. Nämlich die emotionale Beziehung zu dir selbst. Die reift nicht, die muss einfach erfüllt werden. Die muss hergestellt werden. Das, was das innere Kind braucht, braucht das innere Kind immer. Aber du als der Große, wenn du es ihm gibst, ist alles gut. Wie man es ihm gibt. Da habe ich sehr viel zu gemacht. Da habe ich übrigens jetzt auch ein neues Kartendeck zu gemacht. Nämlich hier, Glück und Liebe für dein inneres Kind. Es ist ein neues Kartendeck. Es gibt das Kartendeck, die Heilung des inneren Kindes, schon sehr lange. Das sind Botschaften des inneren Kindes an dich. Also Kraftbotschaften des inneren Kindes an dich. Das hier sind Bedürfniskarten. Das hier ist dieses, ich weiß nicht, was du brauchst, ich spüre aber, hier stimmt was nicht. Und dann kannst du hier eine Karte ziehen. Und ich habe dir 40 verschiedene Themen aufgeschrieben, die dein inneres Kind brauchen könnte. Und hinten drauf natürlich auch, was es ist, also was du dann tun kannst. Und hier wäre jetzt zum Beispiel, dein inneres Kind hat Mitleid mit einem anderen inneren Kind. Neues Information an dich. Das ist das Thema, das sich gerade umtreibt. Babe, ich kann gerade wirklich nicht, Schatzle, ich sehe dich. Also wenn du jetzt diese Karte gezogen hättest, wäre das genau das Thema. Dein inneres Kind hat Mitleid mit dem inneren Kind eines anderen. Deshalb handelst du zum Beispiel co-abhängig, kannst nicht Nein sagen. Und hinten dran steht dann, was du da tun kannst. Hier steht zum Beispiel, stell dir vor, du nimmst deinem inneren Kind die fremden emotionalen Lasten liebevoll ab. Und verbrennst sie. In einer violetten Flamme. Das darfst du, das ist nicht übergriffig. Schick dem fremden inneren Kind, mit dem deins mitleidet, einen Schutzengel. Sag deiner Kleinen, es gibt Engel, damit wir immer jemanden haben, den wir rufen können, wenn wir jemanden leiden sehen. Statt die Lasten anderer selbst zu übernehmen, darf dein empathisches inneres Kind von nun an stets einen himmlischen Helfer für sie rufen. Warum hat dein inneres Kind eventuell, also ich habe jetzt diese Karte nicht für die Community gezogen, aber vielleicht trifft es dich ja doch, ja? Warum hat dein inneres Kind die Lasten eines anderen übernommen, weil es so sehr Mitleid mit einem anderen hat? Weil es nicht unterscheiden kann zwischen das bin ich und das bist du. Ganz einfach. Und weil es das eben so gelernt hat, vielleicht bist du genauso sozialisiert worden, warst als Kind nur dann in Sicherheit, wenn du die emotionalen Lasten von Mama und Papa irgendwie auf dich genommen hast. Ich will jetzt hier mit dem Video nicht in die innere Kindarbeit einsteigen. Dazu gibt es andere Videos, Kartendecks, Bücher und, und, und natürlich auch innere Kindkurse und so weiter. Mir geht es wirklich um den Unterschied zwischen dem inneren Kind und einem Kind, weil wir sonst die inneren Kinder so verherrlichen und sie missbrauchen. Wenn ich nämlich sage, Kreativität ist eine kindliche Eigenschaft, also muss ich, wenn ich kreativ sein will, mein inneres Kind rufen. Dann habe ich die gesamte emotionale Bedürftigkeit, Verletzlichkeit mit im Paket. Und es stimmt auch einfach nicht. Kreativität ist nicht im limbischen System, das ist ein ganz anderer Gehirnteil. Ich reite jetzt auf der Kreativität rum, aber das kannst du natürlich für jede andere Eigenschaft auch gelten lassen. Bei der Kreativität höre ich es halt einfach sehr, sehr häufig. Ja, aber da muss ich doch mein inneres Kind, das ist doch kindlich. Kinder sind doch kreativ. Na ja, Kinder sind kreativ, aber Kreativität ist nicht kindlich. Es widerspricht sich nicht. Kinder sind alles, was sie als der Mensch, der sie als Erwachsener sein werden, eben halt dann sind. Kinder haben ja alles im Paket. Du hast ja Semm, du hast ja die Taschen voll mit allem, 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 was du dann auch als der Erwachsene, der du bist, in die Welt bringen willst. Das hast du als Kind schon alles mit drin. Das heißt aber nicht, dass das die kindlichen Eigenschaften sind. Sie sind nur auch da. Nochmal, die kindlichen Eigenschaften. Die Definition von Kind ist, ich kann nicht selbst für mich sorgen. So einfach ist das. Ich brauche jemanden. Ich glaube, jetzt habe ich es genügend erklärt und genügend oft erklärt. Und mir ist es deshalb so wichtig, damit wir nicht unsere inneren Kinder bemühen müssen, nach außen schicken müssen, mitsamt ihrer gesamten emotionalen Verletzlichkeit. Und wenn wir etwas in die Welt bringen wollen, das übernimmt bitte die Erwachsene, der Erwachsene, der du bist, weil da gehört es auch hin. Also nochmal zum letzten Mal. Nur weil du es als Kind schon im Gepäck hast, ist es keine kindliche Eigenschaft, sondern eine menschliche. Gut. Ich glaube, wir haben es verstanden. Ich freue mich auf deine Kommentare. Bitte gerne auch auf deine Fragen. Bitte freue ich mich sehr drauf. Ich rede da sehr, sehr gerne mit dir drüber. Und das ist das, wie ich es sehe. Wenn du es anders definierst, um Himmels Willen, definier es anders. Aber ich arbeite ja sehr, sehr, sehr viel mit den inneren Kindern und habe innerhalb dieser Arbeit ein stimmiges System. Und deshalb ist es wichtig, auch dieses stimmige System zu erklären. Wie meine ich was? Wenn du das anders siehst, dann bitte. Das ist ja nicht so. Sondern das ist die Definition des inneren Kindes, wie ich damit arbeite. Danke für deine kostbare Lebenszeit. Ich habe dir meine sehr, sehr gerne zur Verfügung gestellt. Beziehungsweise nicht dir, sondern den inneren Kindern, weil mir das so kostbar und so heilig ist. Danke für deine Zeit. Bis ganz bald. Ich muss mich um ein Mikro hier drum herum greifen, um hier auszuschalten. Sekunde. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald.